Das Buch, was ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, da möchte ich jetzt gar nicht mehr so viele Worte drüber verlieren, denn Jochen Laaps war letzte Woche bei uns zur Lesung. Ich möchte es nur nochmal so ein bisschen ins Gedächtnis rufen, weil ich finde, das ist ein Buch, was man als Kenner der Literaturszene der DDR oder wenn man sich sehr dafür interessiert, auch unbedingt lesen muss. Und Jochen Laaps ist meiner Meinung nach zu Unrecht immer so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Also er hat 14 Bücher veröffentlicht und seine Schreibweise ist sehr, sehr, also man hat das Gefühl, dass er jeden Satz dreimal hin und her wendet, bevor er ihn dann auch so gelten lässt. Da sitzt wirklich jedes Wort. Und genauso ist es auch hier. Es ist eine Art Lebensbilanz. Es ist kein Roman, wie man sich ja schon denken kann, wenn man den Untertitel liest. Und er ist 1937 geboren, hat jetzt gerade seinen 85. Geburtstag gefeiert. Und ich habe so gedacht, Hut ab, dass er dieses Buch geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob er sich jetzt tatsächlich nochmal an einen Roman setzt. Ich habe so das Gefühl, dass er damit sein literarisches Leben abgeschlossen hat. Und ich kenne ihn schon sehr lange. Das hatte ich auch erzählt zur Lesung. Also er war 1987 in Meiningen zu einer Lesung und da habe ich dort noch gearbeitet. Und seitdem sind wir in sehr loser Verbundenheit miteinander. Wir haben Briefe geschrieben, die habe ich auch noch alle zu Hause. Also es war immer, ich habe sehr großen Anteil genommen an seinem literarischen Schaffen und finde, dass er, also seine Bücher sind einfach, ja, also die berühren mich in meinem tiefsten Inneren. Anders kann ich es nicht sagen. Vor allen Dingen auch seine Gedichte. Ich kann Ihnen auch den Schattenfänger empfehlen. Das hängt hier oben. Da geht es um einen jungen Literaten, der eigentlich aus dem DDR-Literaturbetrieb raus möchte, aber auch wieder nicht. Also der eben auch nicht so viel den Mut hat, die ganzen Konsequenzen dann auf sich zu nehmen, sondern sich einfach arrangiert mit diesem Staat. Also es geht um ihn selber dann natürlich. Und in diesem Buch hier geht es auch viel um seine Freunde aus der Literaturszene, aber auch Schriftsteller, die ihn geprägt haben. Und ich möchte nur mal so ein paar nennen. Volker Braun zum Beispiel. Da bezeichnet er seine Verse als Grenzsprengungen, Zugriff auf die Welt über die verordnete Verengung hinaus. Gerhard Wolf, dazu sagt er, sein Credo war und ist kein ideologisches, es ist ein ethisches. Mit Christa Wolf teilt er das Bestreben, oder teilte, sich gegen die selbstverschuldete und aufgezwungene Unmündigkeit zur Wehr zu setzen. Es geht außerdem noch um Frank Hörnig, um Kerstin Hänsel, um Günter Krass, um Werner Liersch, Matthias Biskopek und viele andere Autoren. Also lesen Sie das unbedingt. Das ist eine Literaturgeschichte der DDR, so kann man es eigentlich auch sagen. Und eben auch eine Autobiografie auf der Basis seiner Freundschaften. Ein tolles Buch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.